Ich erfahre mehr mit Zielort und wäre taktisch und freizuschalten. Okay, angreifen. Wir gehen rein. Jetzt wird mal wieder Zeit. Oh, Deadpan. Leiter, Kanaster, Spieler, Spade. Okay. Ausrüstung hat das. Was ist das? Du hast gar nichts hier an Ausrüstung. Das ist echt. Nimm wenigstens die Knarre mit, Mann. Okay. Du hast ja auch, Spade hat auch nichts Richtiges. Das ist ja... Nimm wenigstens das mit. So. Auf. Okay. Was ist doch hier? Planke, ne? Nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Okay, warte. Händler. Was ist denn das hier? Taktischer Beobachter. Deckt den Nebel des Krieges im ausgewählten Bereich auf und erschwert es, Feinden im Wirkungsbereich Kugeln auszuweichen. Und das ist ja geil. Wir machen mal zwei mit. Das machen wir. Vielleicht geht's, ja. Auf geht's. Einsatzzeit. Das Blatt wendet sich. Omikron könnte uns über die Aktivitäten der SES informieren. Die Verschwörung hat davon Wind bekommen und ihn deshalb entführt, um ihn zu zwingen, für sie zu arbeiten. Heute holen wir ihn uns zurück. Alles klar. Omikron retten. Omikron evakuieren. Das wird ja ein heißer Tanz werden. Ich hab ja ein ganz ungutes Gefühl. Ich glaube, unsere Krankenstation wird wieder voller werden. Ich hoffe immer nicht. Eins oder zwei? Da ist das. Da ist das. Ich nehm die zwei. Not. Und. Okay, geht nur einer. Okay, wir starten mal. Immerhin haben wir Unterstützung. We're after a mean-looking guy in a bomber jacket. He's a friend, so don't shoot him. Does he know that? Okay, Deadpan. Geh mal hier rein. Ich hoffe, ich löse keinen Alarm aus. Mach mal. Gut. Kameras sind schon mal aus. Das ist schon mal gut. Äh, hier hinten sind noch Kameras. Und wo ist unser Ziel? Unser taktisches Ziel ist... Hier hinten irgendwo. Da ist unser Ziel. Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal. Okay, Jungs. Geh mal da hin. Redstone. Äh, Fähigkeiten. Und... Ähm... Kann er nicht machen. Und... Taktischer Beobachter im Norden. Okay, das ist... Okay, das müssen wir uns damit beschäftigen. Mal schauen. Da sind noch mal Kameras. Können wir auch versuchen, was zu machen. Können wir da hin? Nein, kommen wir nicht. Geh mal rein. Äh... Beschützen. Spade. Wir müssen also in die Richtung. Hier hinten ist der Typ. Du gehst da hin. Äh... Feuerschutz. Nur für den Fall der Fälle. Und du gehst da hin. Okay, auf Hundebänden. Oh, 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 oh. Mhhh... Aktivieren wir mal. Da. Können wir die unbemerkt ausschalten? Fragezeichen. Äh... Ginge wohl. Mit Deadpan. Äh... Will ich aber nicht unbedingt mit ihm. Kann es Kanaster machen? Kann auch. Probier's. So. Gut. Unbemerkt. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde ja gerne hier noch rein und die Dinger holen, aber das ist... Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten oder nicht. Wir gehen erstmal dahinter. Aha, da sind Zivilisten, wie es aussieht. Feuerschutz. Wir gehen mit ihm nach vorne. Mit Leiter. Da ist der Nächste, den er sieht. Okay. 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 Ah, Deadpan ist unser bester. Den schicken wir da hin. Wenn der natürlich gesehen wird. Zen. Erhöht die Wachsamkeitsregeneration. Schalten wir mal an. So, Spieler. Ach, du hast gar keinen. Doch, du hast eine Sparrow. Okay, Redstone. Geht ein Stückchen vor. Runde beenden. Äh, Deadman. Der ist oben, ne? Ja, der ist oben. Äh. Okay. Spieler, kommst du da rein? Kenia, kämst du? Du könntest sogar den ausschalten. Wollen wir das? Fragezeichen. Könnten wir zumindest ein paar Kameras ausschalten. Wir gehen rein mit ihr hier. Ausschalten ist nicht. Kopfschuss. Sind zwei. Alles klar. Geht nicht. Okay, Redstone geht weiter vor. Wir müssen in die Richtung. Äh, das ist der. Klemmer auf. Wir wissen, was da ist. Scheint soweit safe zu sein. Okay. Was ist das? Ähm. Äh. Kenten aufheben. Mach das mal. Gar nicht auffällig, ne? Überhaupt nicht. Mann, die liegt da wirklich ungünstig. Dann geh halt immer weg. Na, ein Leiter kann noch vorgehen. Äh. Feuerschutz. So, Deadpan, wenn der vorgeht, dann haben wir den gleich in der Backe. Das ist nicht gut. Der ist ja, ähm, sehr offensichtlich, dass er feindsätig ist, weil er schutzsichere Weste. Dann geh ich mit ihm nach vorne. Äh, geht nicht. Feuerschutz. So, okay, du kannst... Ich muss wahrscheinlich doch mit zwei in Reihen. Wenn ich hier aber reingehe, hier wäre noch was zum Klauen. Vielleicht sollten wir doch nach oben gehen. Naja, hier Spade könnten wir hier Spade machen. Lassen wir da. Müssen wir echt, echt überlegen. Ist nicht, nicht einfach. Wir könnten den direkten Weg, aber ich will ja natürlich auch... Äh, nur für den Fall der Fälle, dass er durchdreht. So, Canasta hat die Olle noch auf der Backe. Okay, warte mal. Nee, das ist... Kannst du die da nicht ablegen? Na, schmeiß die einfach mal dahin. Alles klar. Äh, dann... Passt du mal auf. Ja, du bist ja auch unauffällig. Das heißt, wir werden die beiden ausschalten. Einer links, einer rechts. Nur, falls hier irgendwas sein sollte, haben wir gleich schon mal aktiv. Okay, oben ist noch einer. Äh... Fähigkeiten. Versuch's mal. Naja, jetzt ist der... Eine abgehauen. Shit. Shit, weil der abgehauen ist. Ah, ärgerlich. Ähm... Wenn mal, hier waren noch die Kameras, oder? Weil hier einer ist. Ähm... Fähigkeiten ausschalten geht nicht. Okay, Leiter geht jetzt mit rein. Wenn du kannst. Äh... Wollen wir mal ab. Ja. Der Deadpan geht weiter vor. Okay, nach oben ist... Ich wollte ja... Mal ganz kurz nach... Ganz oben wollte ich nicht. Ah, der ist aber auch... Hey, der ist in der Zwischenetage. Dann müssen wir ja quasi hoch. Wollen wir da noch hoch? Da gibt's keinen Weg. Okay, wir müssen uns... Tatsächlich durch die Türen... Okay, wir müssen alle hier rein. Okay. Spieler. Redstone. Kanaster. Da ist noch was zum Klauen. Das wäre vielleicht dann gar nicht mehr so verkehrt. Okay. Alle Mann geben hier... Feuerschutz. Ich bin gespannt, was passiert. Was macht er? Boah. Den hat's zerfetzt. Mhm. Okay. Äh... Du? Versuchst das zu holen. Der Rest versucht nach oben durch... durchzuschlagen. Oder holt Steppan. Kann er das holen? Na ja, rein müssen wir... Müssen wir ja sowieso. Äh... Kannst du das mitnehmen? Nein, kann er nicht. Okay. Kannst du noch auf Schuss Sicherheit machen? Ja. Oha. Gut, das geht. Mal ganz kurz gucken. Äh... Müssen wir uns jetzt durchschlagen. Oha. Äh... Kannst du schießen? Nein, du kannst höchstens... Okay, das ist das. Geh nach oben. Ich denke mal, schießen kannst du nicht mehr. Das ist nicht, was ich tun würde. Okay, Canasta Spade haben wir hier noch. Okay, du bist hinterher. Feuerschutz, falls irgendwer kommen sollte. Ah, das bringt jetzt nichts mehr, den auszuschalten. Äh... Na oben. Feuerstoß, Schaden 3, Schaden 1. Okay, der ist verwundet. Leiter... Kann der nach oben gehen? Wahrscheinlich eher nicht. Geh mal dahinter. Äh... Ähm... Okay, er bewegt sich. Geh mal dahin. Okay, er bewegt sich. 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 Vielen Dank.